In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, welche kostenlosen Wissensprojekte von der Wikimedia-Stiftung unterstützt werden. Es mag Sie überraschen, aber Wikipedia ist nur eines von 14 wiki-basierten Projekten. Es gibt außerdem Wikimedia Commons, die weltweit größte freizugängliche Mediathek mit Medien aus der ganzen Welt. Und Wikidata, eine kostenlose Datenbank mit Daten, die angeschaut, bearbeitet, kuratiert und genutzt werden können. MediaWiki ist eine Open-Source-Software, die Wikipedia und andere Seiten betreibt, von der Musikszene bis zur Krebsforschung. Wikisource ist eine Bibliothek mit historischen Dokumenten von Gedichten bis hin zu Regierungsakten. Oder Wikibooks, eine Lehrbuchsammlung mit Inhalten, die jeder bearbeiten kann. Es gibt sogar wiki-basierte Projekte für Nachrichten, Kursmaterialien, Zitate, Bezeichnungen, Tierarten, Reisen und Projektkoordination. Das sind die kostenlosen Wissensprojekte, die von der Wikimedia-Stiftung unterstützt werden.